Hallo alle da draußen! Ich melde mich hier aus meinem Urlaub und zwar wollte ich noch ein bisschen Werbung machen. Es geht um den 2. Oktober. Wir machen ein Filmprojekt und da brauchen wir noch ganz, ganz dringend Hilfe und Unterstützung. Und ich wollte einfach ein Video machen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich dann das ein bisschen mehr erläutern, was wir da vorhaben und wie wichtig das ist, dass ihr mitmacht und euch vielleicht traut. Wir möchten gerne Kurzporträts machen. Also es sind quasi Filme, in denen ganz viele Personen aus der harten Welt hintereinander gezeigt werden, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Erfahrungen, weil wir auch der Meinung sind, und dass einfach umso mehr Input, umso besser für die Nachwelt, weil es gibt nicht immer nur einen Weg, sondern es gibt viele Wege und deswegen werden wir quasi diese einzelnen Videos haben und in jedem Video werden so fünf bis sieben verschiedene Menschen über das eine Thema sprechen. Zum einen, was wir jetzt als erstes angehen wollten, war das Thema Angehörige und zum anderen war das das Thema junge Menschen, genetische Untersuchung. Und es werden wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Themen folgen vom nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Aber jetzt ist es erstmal super wichtig, dass wir mit etwas starten und dass ihr mutig seid und vielleicht uns helfen wollt, vor die Kamera zu gehen oder zumindest, dass wir eine Aussage bekommen, wir können auch die Videos anonymisieren. Also wir haben auch eine Darstellungsform, wo man nicht komplett das Gesicht sehen wird und deswegen, ich kann nur dazu aufrufen, sich zu überlegen, kann ich mir das vorstellen. Ich bin mir sicher, da draußen sind so viele, die so wichtige Dinge zu teilen haben, die wirklich anderen Menschen das Leben retten könnten und das Leben vereinfachen könnten. Und deswegen, ja, einfach nochmal mein Aufruf. Es ist total blöd, auch hier für mich das zu machen. Und ich merke aber einfach, dass es ein bisschen Erklärung braucht und vielleicht auch ein bisschen Motivation dahinter. Und ich bin noch in einem Projekt, das nennt sich Moving Forward und da treffen wir uns alle paar Monate online und da sind Menschen, Vertreter der Länder aus ganz Europa und ich habe einfach gespürt, okay, es wird immer noch zu wenig gemacht und immer noch zu wenig aufgeklärt in allen Ländern. Die Leute sind immer noch zu verunsichert und haben Angst, ein bisschen offener zu reden. Und das Projekt beschäftigt sich wirklich auch damit, wie schaffen auch Ärzte, wie können Ärzte besser kommunizieren, wie können wir Menschen dazu motivieren, mehr an Studien teilzunehmen, all solche Themen. Und wir tauschen dort auch Erfahrungsberichte aus und es ist super schlimm für mich zu sehen, wie viele Menschen noch darunter leiden. Nicht solche Hilfe so einfach zu bekommen und wir können uns halt gegenseitig sehr gut helfen. Das schaffen wir schon durch verschiedene Gruppen, durch verschiedene Angebote, aber einfach nachhaltig was zu produzieren, was wirklich Menschen hilft auf der Webseite. Und das ist halt einfach mein Ziel und unser Ziel und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch dafür noch meldet. Und dann schreibt einfach eine E-Mail. Ich blende die E-Mail-Adresse jetzt hier ein und dann bekommt ihr alle weiteren Infos. Sorry, hier sind aber direkt die Pferde. Dann bekommt ihr alle weiteren Infos, die ihr braucht. Und wir machen das mit einem professionellen Filmteam, mit der Firma, mit der ich arbeite. Und deswegen, da könnt ihr uns zu 100% vertrauen. Wir arbeiten so viel mit Menschen und haben auch letztes Jahr den Stark mit Huntington Spot produziert. Und ich bin mir sicher, wir werden wirklich schöne Aufnahmen machen und da echt ein schönes Projekt starten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Teil davon seid.